Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr reinhört. Willkommen zurück zum KBTV Sim Racing Podcast und einer mal wieder, ihr werdet es erraten, spannenden Folge. Aber es ist tatsächlich so, dass es so toll an diesem Projekt, dass es immer wieder Gespräche gibt, teilweise auch zu Themen, von denen ich wenig bis gar keine Ahnung habe, die sich aber alle mehr oder weniger mit Sim Racing und dem virtuellen Motorsport beschäftigen. Und heute haben wir ja mindestens zwei ziemlich coole Themen, die wir wieder besprechen, nämlich Motion Rigs und VR. Und zwar mit dem guten Sebastian alias Motion Basti. Und der gute Basti ist jetzt seit ein paar Jahren schon enthusiastischer VR und Motion Fan und hat sich zu Hause auch wirklich ein absolut fancy Raumschiff aufgebaut. Den Link zu seinem YouTube-Kanal unter anderem findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in der Show Notes, je nachdem, wo ihr gerade mit dabei seid. Und genauso bin ich dann auch über Basti aufmerksam geworden und gesagt habe, wie krass ist das denn? Und Basti baut sich gerade so einen kleinen YouTube-Kanal auf, wo auch mal ein bisschen für Laien erklärt, hey, wie kann man sich so ein Motion Rig mit allem drum und dran aufbauen? Super sympathisch, super hilfreich und deswegen habe ich ihn hier in den Podcast eingeladen. Er hat netterweise Hallo gesagt und wenn ihr euch nur ansatzweise für dieses Thema, also Motion Rigs und VR interessiert, dann glaube ich, ist das eine richtig coole Folge für euch. Ich habe auch einiges Neues dazugelernt. Wir sind ein bisschen von den Themen, weil es irgendwie so viel zu fragen und zu erzählen gab, hin und her gesprungen, ab und zu über den Faden verloren, dann haben wir ihn wieder aufgegriffen. Aber nichtsdestotrotz haben wir am Ende wirklich ein sehr nettes und sympathisches Gespräch gehabt. Das hat echt Spaß gemacht und man hört auch aus dem guten Basti heraus, er hat einfach richtig Bock auf dieses Thema. Und ihr hoffentlich nach dieser Podcast-Folge auf. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und jetzt geht es erstmal los. Viel Spaß dabei. Hallo Basti, schön, dass du da bist. Grüß dich. Hallöchen, ich grüße zurück. Basti, wir haben heute ein paar sehr spannende Themen auf der Liste stehen. Unter anderem das Thema Motion Rigs. Aber wir werden auch über VR ausführlich sprechen. Zwei Themenbereiche, die ich super spannend finde und die ich Ende 2022 selber das erste Mal erstmal so richtig austesten konnte. Aber wenn man dein Content auf YouTube verfolgt, kommt man tatsächlich regelrecht ins Staunen. Und man merkt also sofort, da kennt sich jemand mit den Themen Motion und VR tatsächlich richtig aus. Und deswegen freue ich mich unter anderem über diese beiden Themen heute mit dir zu sprechen. Aber bevor wir mitten rein stürzen, ich habe in der Anmoderation schon mal ein bisschen was über unser Gespräch heute erzählt. Aber stell dich doch einfach mal mit eigenen Worten vor. Ja, hallo. Also ich bin der Sebastian, alias Motion Basti. Und ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Wolfsburg. Und ich bin ein kleiner Tausendsasser, der sich für sehr viele Dinge interessiert, muss ich sagen. Aber aktuell bin ich wirklich sehr krass auf das Sim fokussiert. Das mal recht, dann schon ausgiebig. Und vielleicht kannst du mal denjenigen da draußen, also wir sind ein Simracing-Podcast, also es ist die Chance sehr hoch, dass vor den Lautsprechern Menschen sitzen, die sich in irgendeiner Form für Simracing interessieren. Aber vielleicht kannst du mal mit eigenen Worten sagen, was sind denn Motion Rigs oder Motion Seeds, wie du sie nennst, dass man das mal so ein bisschen greifen kann. Das ist im Prinzip die körperliche Antwort auf ein Force-Feedback-Lenkrad. Du bekommst die Kräfte von dem Fahrwerk ins Lenkrad übertragen. Ja, die versuchen ja viele Effekte aufs Lenkrad zu bringen. Und das Gleiche macht ein Motion Seeds dann mit dem Körper. Der versucht dann die Fahrwerksphysik, die Lage, die Kräfte einigermaßen realistisch auf den Körper zu übertragen. Also im Endeffekt hat man in Simracing ja die Herausforderung im Vergleich zum realen Motorsport, dass wirklich einer der Punkte, obwohl Simracing immer realistischer, immer näher an der Realität wird, ein Thema, das man nicht wirklich übertragen kann, das ist das Thema Fliehkräfte oder das sogenannte Popometer, wie es mancher Rennfahrer ausdrücken würde. Nämlich die Tatsache, dass du, wenn du in einem echten Fahrzeug sitzen, über die Strecke fährst, einfach schon in den Nuancen der Schwerkraft in deinem Körper merkst, oh, wenn sich das Fahrzeug anders verhält, wenn du vielleicht auch ins Rutschen gerätst, dass du merkst, oh, jetzt komme ich tatsächlich langsam an die physischen Grenzen meines Fahrzeugs. Und dieses Gefühl, was man auch beim normalen Autofahren ja fast schon automatisch gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, aber dann einfach hat, das fehlt natürlich im Rennsimulator. Denn in der Regel, und das ist vollkommen egal, ob man am Schreibtischstuhl sitzt, auf der Couch oder dann eben in so einem richtigen Rig mit Sitz und Alu-Gestell und so weiter, das ja doch sehr statisch auf dem Boden steht. Und das, was du gerade erwähnt hast über dieses Force Feedback, also quasi diese Widerstände und die Vibrationsmotoren im Lenkrad, versucht man das so ein bisschen zu simulieren, beziehungsweise dem Fahrer, der Fahrerin ein Gefühl dafür zu geben, was denn mit dem Fahrzeug gerade passiert, obwohl keine Fliehkräfte vorhanden sind. Und ich drücke es jetzt nochmal in ganz einfachen Worten aus, Motion Rig ist im Endeffekt ein Rennsimulator, der sich halt bewegt und der zumindest die Fliehkräfte so nah wie möglich an der Realität versucht zu simulieren. Ja, im Rahmen seiner Möglichkeiten, ja, das ist natürlich klar. Und da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Modelle und darauf kommen wir nämlich dann auch mal zu sprechen. Das Raumschiff, was du nämlich zu Hause stehen hast, das also wirklich mich nach wie vor total fasziniert. Ich kann mich gar nicht satt dran sehen. Aber vielleicht kannst du mir erklären, wie bist du denn zu dem Thema Motion Rigs überhaupt gekommen? Wann ging es los? Wie geht es los? Also wie lange ist deine Motion Seat Reise? Also die ist jetzt circa fünf Jahre, sechs, sechs Jahre. Das ging bei mir tatsächlich mit VR einher. So 2016 kamen ja die ersten VR-Brillen. Und ich bin totaler VR-Enthusiast und habe dann quasi gleich die erste Brille gehabt. Ich war der Erste, der so ein Ding haben musste. Und das Ding habe ich aufgesetzt. Und damals war eigentlich schon von Anfang an möglich, Rennsimulationen damit zu fahren. Und das war auch zutiemlich das Einzige, was du machen konntest. Und außer so ein paar Experiences für VR. Und dann habe ich mir ganz schnell ein Lenkrad gekauft. Und das war für mich ein Traum. Und dann hat es nicht lange gedauert. Dann habe ich gedacht, jetzt fehlt mir eigentlich noch das Gefühl der Bewegung. Das war für mich dann VR-Brille aufgesetzt, das Lenkrad in der Hand. Und dann sage ich, jetzt fehlt mir noch diese Bewegung, das zu fühlen. Das kam sofort im Prinzip, ich sage mal so, 14 Tage bin ich Auto gefahren. Und da habe ich gedacht, du musst das irgendwie umsetzen. So war das. Das ist total spannend. Ich kann mich auch noch an diese Phase erinnern, wo VR-Brillen, also ich sage mal, experimentiert wird schon Jahrzehnten, mal mehr, aber eher weniger erfolgreich. Aber stimmt, vor ein paar Jahren, das mag so fünf, sechs Jahre her gewesen sein, ganz genau, als die Geräte langsam massentauglicher wurden. Mit der Oculus Rift. Das müsste so einer der ersten großen gewesen sein. Lucky Palmer war das. Der hat das VR wieder ins Rollen gebracht. Der hat dann damals die erste Oculus-Consumer-Version sozusagen entwickelt. Da gab es früher noch so eine Developer-Kits, eins und zwei. Das zweite Kit war praktisch auch meine erste Brille. Und dann mit der habe ich schon gesimmt. Das war damals Project Cars 1 war das damals. Und ich kann, also den grundsätzlichen Reiz, den kann ich total nachvollziehen. Ich bin auch jemand, der sich erstmal per se für neue Technik begeistern kann. Aber es war mir damals schon irgendwie immer noch ein bisschen zu teuer und auch noch nicht ausgereift dazu. Also ich habe immer so ein bisschen, seit Jahren gucke ich drauf und denke mir so, irgendwie finde ich es cool. Aber es packt mich auch einfach noch nicht so. Aber ich bin, muss ich sagen, positiv überrascht. Das hätte auch eine Eintagsfliege werden können, weil ja gerade auch die ersten Brillen, ich meine, da hat alleine die Brille, keine Ahnung, wie viele hundert Euro gekostet oder vielleicht auch mehr. Und dann brauchst du noch einen potenten PC dazu und so weiter. Aber man muss trotzdem sagen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht der Über-Hype geworden ist, nach dem Motto jetzt über alles VR, aber es hält sich jetzt. Es kommen immer wieder neue Modelle raus, die verbessern sich auch Schritt für Schritt ein bisschen. Also ich weiß nicht, wie du das als VR-Enthusiast wahrnimmst, der natürlich in der Materie sehr, sehr tief drin steckt. Aber zumindest scheint sich VR als Technik mittlerweile etabliert zu haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Community an. Auf der PlayStation-Community ist natürlich klar, da ist nichts mit VR. Aber in der PC-Community tatsächlich ist es schon. Also ich habe letztens wieder mit jemandem gesprochen, der in einer größeren Community ist. Und der meinte wohl, dass das sich schon sehr nah an die Userzahl von den Triple-Screen-Nutzern schon orientiert. Ah, das ist super interessant. Du hast natürlich bei der Folge... Also auch Nische noch zum... Ja, Triple-Screen ist auch noch Nische. Ich sage mal, kann sich auch nicht jeder leisten und möchte das auch nicht. Aber da soll es dann schon liegen. Zumindest im PC-Bereich. Der große Vorteil an VR ist natürlich, im Gegensatz zu dem Triple-Screen, du hast halt die Balken nicht, also quasi zwischen den Bildschirmen, obwohl es mittlerweile Bildschirme gibt, die zumindest fast randlos sind. Aber du hast halt einfach diese uneingeschränkte Sicht und du kannst dich theoretisch komplett umdrehen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber wir reden definitiv auch nochmal drüber, wie fühlt sich das an? Wie bequem ist das? Wie sieht es mit der Technik drumherum aus? Aber kannst du vielleicht mal sagen, VR, welche Unterschiede es konkret gibt? Also ich als Leier kriege mit, es gibt verschiedene Auflösungen. Es gibt Varianten mit Kabel, ohne Kabel. Aber vielleicht kannst du mal so einen groben Überblick geben, wie der VR-Markt im Moment so aussieht. Ja, der VR-Markt ist tatsächlich so relativ schwierig, weil es für viele keine perfekte VR-Brille, bis heute keine perfekte VR-Brille gibt. Jeder hat so ihre Vor- und Nachteile. Und da kann man sich, also die Enthusiasten in meiner Gruppe, sag ich mal, in meinem Bereich, die können da tagelang drüber diskutieren. Es ist so richtig, es gibt einfach keine perfekte Brille. Was eben ist, was man sagen kann, für Simracing direkt, was ja auch nur eine Sparte von VR ist, da kann man schon, da haben sich schon VR-Brille rauskristallisiert. Da möchte ich mal zum Beispiel von HP die G2 nennen. Die ist im Simracing eigentlich sehr bekannt, weil die nicht teuer ist und ein sehr scharfes Bild hat. Und die ist gar nicht so neu. Die gibt es schon ein paar Jahre, zwei, drei Jahre oder so. Um mal ein Gefühl für den Laien zu geben, was heißt in dem Fall nicht teuer? In welchem Preisbereich sind wir so ungefähr? Zwischen, ich sag mal, das hätte ich jetzt mal vorher gucken können. Ich sag mal, 500 Euro. Ungefähr, ne? Okay. Aber das ist ja ein ganz gutes Gefühl, ne? Aber das ist jetzt leider ohne Gewähr. Das kann so von 450 bis 650 gehen. Ja. Gibt es auch schon die V2-Version. Ich glaube auch ein bisschen eher ein bisschen nach oben. Aber, was ich sagen muss, ein richtig guter Monitor ist ja auch nicht billiger. Ja, das muss man schon sagen. Das stimmt wiederum. Obwohl man natürlich einen Monitor für verschiedene Dinge auch einsetzen kann. Okay, wird man aber... Zum Statten für VR. Genau, zum Beispiel. Ich habe gerade, als ich das ausgesprochen habe, mir auch gedacht so, naja, also Netflix wird man wahrscheinlich in seinem Motion Rig wahrscheinlich nicht gucken. Deswegen ist es dann durchaus eine Überlegung wert. Jetzt haben wir das natürlich gerade mal ein bisschen durcheinander gemischt, die beiden Themen Motion Rigs und VR. Aber du hast gesagt, du bist quasi zeitgleich in diese Thematik eingestiegen. Erst VR und dann kam die Lust auf die Motion Rigs. Und ich hatte es ja schon mal angesprochen, vor ein paar Minuten, dass ich Ende 2022 auf der ADAC Sim Racing Expo das erste Mal so richtig in einem Motion Rig drin gesessen habe. Und das Coole war, es waren wirklich verschiedene Hersteller da. Und ich konnte mich mal durch verschiedene Variationen durchtesten. Ich hatte auch eine VR-Version getestet. Das war eine super, super coole Erfahrung. Die Rigs waren allerdings sehr, sehr ähnlich. Und jetzt gibt es einfach zwei witzige Punkte. Ich habe nicht ansatzweise ein Motion Rig gesehen, was so aufgebaut war wie deins. Darüber können wir gleich nochmal sprechen. Und du hattest dann direkt quasi noch zur Sim Racing Expo geschrieben, ach schade, dass so wenige Motion Rig Hersteller da waren. Und ich dachte so, hä, das sind mehr, als ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Aber schildere doch gerne mal deinen Eindruck, den du auf der Expo gehabt hast. Ja, also ich finde, dass sich die Stempelsysteme, die haben sich sehr etabliert. Also die meisten Hersteller, die gehen jetzt auf diese Stempelsysteme. Die sind einfach zu produzieren und die geben halt ein sehr, sehr gutes Fahrbahngefühl. Die zeigen dir das Fahrwerk sehr gut, die Stempelsysteme, weil die sehr direkt sind und sehr steif. Das ist gerade für SimRacer halt ein sehr wichtiger Punkt und der ist halt sehr, sehr dominierend aktuell. Und diese sechs DOF-Systeme, wie meins zum Beispiel, die sind ein bisschen allrounder. Und das habe ich zum Beispiel vermisst. Ich baute zum Beispiel auf der Messe gerade, um mal die Konkurrenz zu sehen zum Selbstbau. Ich wollte sehen, wie das die Profis machen, wie das die großen Firmen machen. Und da habe ich halt leider kein Konkurrenzprodukt zu meinem Stuhl gefunden. Das fand ich dann ein bisschen schade. Für den Lion-Stempelsysteme sind wahrscheinlich diese Füßchen, auf denen das Rake im Endeffekt steht und die halt hoch und runter ein bisschen pumpen. Genau, wo dann die Zylinder praktisch nach unten boxen und das ganze Rake nach oben schieben. Genau. Die sind dann genau senkrecht angeschraubt. Genau. Also vielleicht für alle, die es noch nicht vor ihrem geistigen Auge haben oder mal ausprobieren könnten. Und im Wesentlichen kann man das so vorstellen, man hat da sein Aluminium-Rick oder wie auch immer. Und du hast im Endeffekt vier Füße, die eben in der Lage sind, unabhängig voneinander sich nach oben und nach unten zu bewegen. Das heißt, du kannst kleine Schüttelbewegungen machen, wenn du über die Curbs fährst. Du kannst aber auch jede Ecke unterschiedlich hochheben, dass du eben die Bewegungen in den Kurven simulieren kannst. Und das ist zumindest vollkommen richtig. Also alle Hersteller, die da waren oder fast alle, haben dieses System genutzt. Ich glaube, da war dieser eine portugiesische Hersteller, dessen Name mir gerade entfallen ist. Die haben das ein bisschen anders gemacht. Wie die heißen, weiß ich nicht, aber ich weiß, wen du meinst. Das, wo der Guderon auch im Testzug gemacht hat. Was ein bisschen aussieht wie diese Supermarktkarussells, die in der Mitte so aufgehängt sind, sich dann bewegen. Ja, genau. Hat bloß da 50 Cent Slot gefährt an den Dingen. Genau. Und das war super interessant. Aber vollkommen richtig, das scheint sich wahrscheinlich etabliert zu haben, weil ich könnte mir auch vorstellen, vom ganzen Aufbau her, es ist wahrscheinlich auch massentauglicher, ein bisschen einfacher, weil, und nochmal für alle, wir haben jetzt schon ein paar Mal geredet, dass Motion Busty da wirklich total leidenschaftlich bei dem Thema dabei ist. Und wir verlinken natürlich auch deinen YouTube-Kanal. Und da kann man einfach mal deinen Aufbau sehen. Und das ist ja auch alleine von den hydraulischen Wirkungen. Also alleine die Kräfte, die Bewegungen, die du bei dir zu Hause simulieren kannst. Also da hat ja wirklich alles abgestunken, was auf der Simracing-Expo war. Also es würde sich wahrscheinlich auch super für einen Flugsimulator erreichen. Aber faszinierend, was es da für unterschiedliche Techniken gibt. Es ist aber keine Hydraulik bei mir. Das denkt man. Ja, das ist tatsächlich auch bloß eine Servotechnik. Aber das macht den Eindruck, weil die Aktuaturen, die ich habe, so groß und so lang sind. Die haben den riesen Farbweg. Und genau so ist es, ich bin halt auch Flieger. Und dieser Stuhl, den ich habe, der ist halt ein super Around für Fahren und fürs Fliegen. Das macht meinen Stuhl so besonders. Und das Rick, was du zu Hause stehen hast, hast du erwähnt, hast du dir komplett selber zusammengebaut. Also ich habe jetzt mal anhand einer Anleitung orientiert. Oder hast du dir das selber ausgedacht? Egal wie, es sieht großartig aus. Wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, guckt euch das unbedingt an. Wie sieht denn die Entstehungsgeschichte von dem Raumschiff aus? Ja, das ist sozusagen schon mein, wenn man es grob sieht, ist, dass man es mein dritter Motion sieht. Zuerst habe ich mit zwei DOF-Systemen angefangen. Praktisch dieses, wie du vorhin gesagt hast, dieses Gaufhaus-System. Das war mein Stuhl. So ein Stuhl hatte ich auch zuerst selbst gebaut. Und von dem Sie, den du jetzt von mir ergänzt, ja, diesen 6DOF, da hatte ich schon ein Vor-System. Das Vor-System, das war noch relativ zusammengeklaut aus dem Internet. Einfach gesucht, 6DOF-Seeds und dann praktisch die besten Ideen hatte ich damals zusammengeführt zu einem. Und der sieht jetzt hier, muss ich mal langsamer sagen, das habe ich dann gebaut. Und habe ich dann circa anderthalb Jahre, habe ich damit sehr aktiv gesimpt und meine Erfahrungen gesammelt. Was ich noch verbessern könnte, sozusagen. Ich habe dann die ganzen Schwachstellen rausgesucht, was mir nicht gepasst hat. Und das habe ich mir dann dokumentiert. Und dann habe ich jetzt praktisch meinen mir perfekten Stuhl gebaut. Und jetzt ist er komplett selbst entstanden. Also die Mechanik ist komplett selbst entworfen. Habe ich so noch nirgends woanders gesehen. Vielleicht kannst du mal jemanden, der sich erstmal per se für die Thematik interessiert. Und ich meine, es gibt wahrscheinlich wenige Leute, also gerade die sich für Simracing begeistern können, die die Motion Rigs völlig uncool finden. Also ich meine, wir hatten ja auch kurz nach der Simracing Expo auch schon mal miteinander geredet. Ich fand es auch eine total interessante Erfahrung. Gerade auch in Kombination mit VR. Aber es hat mich jetzt nicht so komplett gepackt, dass ich jetzt gesagt hätte, ich muss so ein Ding zu Hause stehen haben. Ich fand das witzig. Ich würde es auch mal wieder machen. Ich würde auch mal irgendwie in so einem Simracing Café das nochmal irgendwie mal ein paar Euro zahlen, um es auszuprobieren. Aber ich könnte mir tatsächlich sehr schwer vorstellen, dauerhaft oder auch wirklich länger Rennen damit zu fahren. Aber wer weiß, wir haben ja gerade schon herausgehört, ich habe noch nicht mal ansatzweise alle Systeme getestet, die es da draußen so gibt. Aber wenn wir jetzt mal sagen, du interessierst dich per se für Motion Rigs, wo fange ich denn an? Ja, wo fange ich an? Es ist eine schwierige Sache. Ich würde gerne mal eingehen auf das, was du gesagt hast. Und zwar ist es so, dass das Gefühl, das schlussendliche Gefühl, wie du das empfindest, das liegt wirklich sehr stark an der Einstellung. Und wie soll ich sagen? Also du weißt ja, auf der Messe, da war ja dieses D-Box-Kino. Da konntest du sitzen und eine Runde mit der Nordschleife fahren. Ja, genau. Und da war ich sehr gespannt, wie sich das wohl anfühlt. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden sollte, was da drin war. Das war auf jeden Fall interessant, aber das war für mich auch nicht so besonders. Und dann habe ich mir zum Beispiel von diesen ADAC, diese Stempelsysteme, die haben ja auch mit Traction Loss, das bedeutet, dass der Hintern von diesem Gestell hin- und herrutschen kann, wenn das Auto Traktion verliert. Oder dass der Sitz nach vorne klappt, wenn du bremst und so. Und auch dort war ich nicht wirklich so fasziniert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jemand wie du, der das jetzt nicht kennt, sich da draufsetzt und dann sagt, naja, so besonders ist das dann doch nicht. Ja, das muss ich schon dazu sagen. Also ich fand da auch kein, also alles, was ich getestet habe, fand ich jetzt nicht so berauschend dort. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch nichts auch daran, weil ich jetzt meinen eigenen Seat habe und den so lange natürlich optimiert habe, dass ich das toll finde. Ja, dann ist es vielleicht automatisch, dass man andere Sitze nicht so toll findet. Aber ich kann jetzt deinen Eindruck verstehen, weil was ich dort erlebt habe, hat mir auch nicht so sehr gepasst. Und das ist ein total spannendes Thema, weil das gilt für Simracing insgesamt. Das gilt nämlich auch für Lenkräder, es gilt auch für Simulationen an sich. Und ich kann mich auch erinnern, schon zig Jahre her und ich weiß nicht mehr, was es war, hatte ich irgendeine ein bisschen ernsthaftere Simulation mal ausprobiert. Also es war weit vor meinen YouTube- und Twitch-Projekten. Ich habe gehört, keine Runde geschafft. Es war einfach nur ein Gerutsche, ich bin nur raus. Ich habe gesagt, wer kann denn damit Spaß haben? Das ist furchtbar. Und heute setze ich mich rein und setze mich in ein E-Racing und auch in ein ACC und schaffe die Runde. Ich sage immer, oh, das ist aber toll, oh, schau mal, wie das vor das Feedback sich alles verhält. Das ist krass, wie unterschiedlich das ist. Und da ist, na, ich will jetzt nicht sagen eine Gefahr, das hört sich so dramatisch an, aber da liegt ganz viel Potenzial brach, dass Menschen sich erstmal per se für dieses Hobby interessieren. Jetzt vollkommen egal, ob es einfaches Sim-Racing ist, ob es VR ist, ob es Motion ist. Aber wenn du denjenigen in die falsche Systemkombination reinsetzt, der wird sagen, nee, ich finde es echt doof und hätte er vielleicht in einem anderen Simulator gesessen, hätte er gemerkt, oh, das fühlt sich ja ganz anders an. Und deswegen ist auch gerade so eine Expo eine tolle Gelegenheit, mal verschiedene Sachen auszuprobieren. Aber wie gesagt, es kann dir auch die Lust nehmen, weil du einfach gerade vielleicht die für dich nicht passende Kombination getestet hast. Ja, ja, gerade auch, wie du schon sagst, mit diesen Lenkrädern ist es so, wenn du nicht gerade bei dem Hersteller fährst, ja, dann scheren die sich eigentlich nicht so sehr um die Force-Feedback-Einstellung. Ja, beim ADAC, da war für mich, das war überhaupt ganz schwammig eingestellt, das kenne ich gar nicht so schlecht. Und dann war ich am Rallyestand, ja, wo man Dirt-Rally-Rennen fahren konnte und das Force-Feedback war wie aus. Das war, ich dachte, die haben es gar nicht an. Ja, und das macht natürlich keinen guten Eindruck für den Hersteller. Aber es ist witzig, weil du das ansprichst, weil bei diesen ADAC-Rigs habe ich auch drin gesessen und ich weiß nicht, ob es bei dir auch der Audi TT GT4 war? Ich denke schon. Es war todlangweilig. Ich habe es vor Ende der Testzeit einfach abgebrochen und gesagt, ja, danke, habe mich für höflich bedankt. Ich fand es so langweilig, die komplette Kombination von allem. Das ist genau das, was ich meine. Und dann nimmst du vielleicht voller Enthusiasmus einen Bekannten oder einen Kumpel oder einen Familienmitglied. Ja, komm, probier mal. Und dann setzt du ihnen sowas rein und er stöpft fast vor Langeweile. Und auch wenn ich mich jetzt Feinde mache, aber ich sage immer gern die Wahrheit, das war mein allererstes Mal Triple Screen. Und das waren ja wirklich beeindruckend große Bildschirme. Aber das war für mich überhaupt nicht toll. Ja, siehst du, total spannend. Das war für mich, also du hast, du guckst ja trotzdem bloß auf den Bildschirm vor dir. Und rechts zu links, das Periphere, das kriege ich gar nicht mit, dass da rechts zu links, das sind zwar Bildschirme, aber die nützen mir überhaupt nichts. Ja, das ist irgendwie, das ist, für mich ist das Plus eine schöne Optik. Das sieht cool aus, sage ich mal. Dann später beim Rallye bin ich auf diesen Ultra-Wides Curved Screen gefahren. Das fand ich besser, immersiver als diese Triple Screens. Man muss ja auch zugeben, am meisten sagen, wenn du natürlich durch die Fährs fokussierst, du dich nach vorne. Vorausschauendes Fahren ist angesagt. Das ist natürlich schon cool, wenn du wirklich mitten im Verkehr bist und kannst links und rechts mal rausgucken. Das ist schon nett, aber selbst dann, da machst du es vielleicht aus dem Augenwinkel heraus. Also nochmal lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde Triple Screens cool und das ist tatsächlich auch ein Setup, was ich mir langfristig vorstellen kann. Aber ich gebe dir recht, im Verhältnis der Kosten, der Leistung, die du natürlich auch auf dem PC brauchst, etc., ist es jetzt auch nicht dieser Riesenmeergewinn. Obwohl, da kommt es natürlich auch wieder sehr stark auf die Simulation drauf an. Ich meine, du hast zum Beispiel iRacing, wo du einen hervorragenden Spotter auch mit dazu packen kannst, der dir immer sehr genau sagt, was links und rechts neben dir passiert. In ACC wiederum brauchst du es nicht, weil du einen ganz tollen Radar in der Mitte hast, das dich ständig darauf hinweist, ob links und rechts neben dir ist. Da ist der Spotter teilweise eher sogar nachteilig, weil der ein bisschen zu langsam ist und sagt, das ist frei und plötzlich ist wieder einer neben dir. Und dann hast du so ganz andere Geschichten, aber das Motion, da ist Triple Screen sowieso kein Thema. Gran Turismo zum Beispiel auf der Playstation, da ist das Radar in den meisten Kamerasichten irgendwo rechts unten in der Ecke. Und zumindest gelingt es meinem Gehirn nicht, gleichzeitig auf die Strecke zu gucken und rechts unten aufs Radar. Also da gibt es große, große Unterschiede. Aber wie du schon sagst, es sieht natürlich mit so drei Bildschirmen brachial aus und ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen. Aber auch dafür stehe ich vollkommen, wenn jemand sagt, wozu brauche ich die beiden eigentlich? Und das wäre auch so meine Empfehlung an die Hörer, vor allen Dingen die Leute, die jetzt noch keinen Kontakt zu VR hatten. Das mit dem Triple Screen, das sieht immer sehr gut aus. Und deswegen ist auch meine Meinung, deswegen sieht man das auch viel bei Streamern und so. Weil du kannst als Streamer, als Streamer ist dir ja wichtig, dass deine Zuschauer ein vernünftiges Bild haben, dass die richtig schön das miterleben können, wie du dein Rennen fährst. Und als Selbstfahrer, da finde ich ein VR deutlich besser, weil du hast eine Tiefenwirkung. Das fehlt dir ja gänzlich bei Bildschirmfahren. Und du bist einfach drin im Auto bei VR. Aber wenn du VR streamst, hat der Zuschauer keinen Mehrwert. Der sieht das nicht so räumlich wie du. Und im Gegenteil, das Bild wirkt meistens noch verwackelt und nicht so scharf und so. Deswegen finde ich, ist das leider ein bisschen nachteilig zur Verbreitung von VR. Weil man sieht die Leute auf Triple Screen streamen und denkt, das ist das Beste. Der macht das nämlich deswegen, weil das das Beste ist. Ich finde, das müsste mehr so nach außen getragen werden an die Zuschauer. Dass die wissen, dass der Streamer das macht, weil er möchte, dass die Zuschauer den Stream genießen können. Aber man sollte schon wissen, wie gut denn doch schlussendlich dann VR für privates Fahren ist. Das ist ja jetzt wirklich meine Meinung dazu. Das kann ich aber hundertprozentig teilen. Deswegen ist auch genau, selbst wenn es mich begeistert hätte. Und ich will sagen nochmal, ich kann mich für VR grundsätzlich wirklich begeistern. Und vielleicht hatte ich auch noch nicht das richtige Headset, aber ich würde sagen, mit entsprechender Auflösung und so weiter, Gewicht etc. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen, das zu machen. Weil die Erfahrung, die ich auf der Expo hatte, die war schon faszinierend. Also es ist schon, und das kann man wirklich nur sagen, Leute, wenn ihr mal irgendwo die Gelegenheit habt, probiert das wirklich mal aus. Denn das ist schon, das kann man wirklich nur, das kann man nur beschreiben, wenn man es selber wirklich mal aufgehabt hat und erlebt hat. Weil dieses Räumliche, dieses, du guckst runter und siehst die Beine in dem Rennwagen sitzen. Die Instrumente, die Knöpfe, alles guckt raus. Also es ist wirklich, du guckst in die Kurve rein, es ist schon cool. Also das ist wirklich ein ganz anderes Feeling. Das ist keine 3D-Brille, was manche denken. Das ist keine 3D, das ist wirklich, du bist in der Welt. Du bist räumlich in der Welt und bewegst du deinen Körper, bewegst du auch deinen Körper in der Welt. Ich kann auch mal ein kleines Plädoyer dazu ablegen, an die Leute, die Angst haben und so. Weil ich, das liegt mir wirklich am Herzen. Und zwar, wenn ich denn darf. Ja sowieso, klar. Und zwar möchte ich gerne mal ein kleines Plädoyer abhalten für VR. Und zwar gibt es da weit verbreitetes, weit verbreitetes Negativum. Das ist wie so ein Vorurteil. Und zwar, ich habe schon mit einigen Menschen über VR gesprochen, die noch keine VR-Brille hatten. Und dann kommt sehr oft, wie gesagt, hatte ich noch nie auf, soll cool sein, aber ich glaube, da wird einem schlecht. Das höre ich sehr, sehr oft. Die Leute, wir haben noch nie Kontakt gehabt, aber das, was sich für ein VR verbreitet ist, dass dir schlecht wird. Ja und das finde ich schade. Denn in der Praxis kann ich sagen, ich habe schon wirklich schon viele Leute das testen lassen. Ja, weil ich möchte, dass die Leute das lernen, das kennenlernen. Und ich kann wirklich sagen, die Wahrscheinlichkeit für, dass es einem schlecht wird, ist 50 zu 50. Ja, die einen haben nichts, die anderen sagen, es war mir ein bisschen komisch, aber es ging. Und dann gibt es welche, die können keine Minute fahren und die müssen aufhören. Ja, so nur Unterschiede gibt es. Und du darfst, wenn ein Freund dir sagt, ich komme nicht klar, mir wird schlecht, das heißt noch lange nicht, dass es bei dir so ist. Das musst du auf jeden Fall immer selbst probieren. Das liegt an der Person selber. Und das kann ich vergleichen mit einer Reisekrankheit oder Seekrankheit. Also Leuten, denen auf Karussells schnell übel wird, oder die halt Reisekrankheit haben, die das wissen, dass sie das haben, denen wird auch meist bei VR schlecht. Das ist nämlich das Gleiche. Das ist, wenn das Hörorgan die Bewegung nicht erfasst, die das Auge sieht. Und durch VR, das ist ja das Beeindruckende, das Gehirn fühlt sich wirklich in der Welt. Du verarscht, ich sag es mal auf Deutsch, deinen Kopf, dass du wirklich in der Welt bist. Und weil dann eben diese Motion nicht da ist, dadurch wird das Gehirn, wie gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dadurch wird dir schlecht. Das ist genau diese Seekrankheit. Und da habe ich eine gute Nachricht. Und zwar kann man das nicht immer, aber sehr, sehr oft abtrainieren. Ich bin das perfekte Beispiel. Ich bin nämlich ein Kandidat, der konnte keine fünf Minuten fahren. Und dann ging gar nichts mehr. Da war mir richtig kotzübel. Aber zwar nach einer kleinen Trainingsphase war das dabei. Ich bin am Boot geblieben, immer kleine Sessions gemacht. Man muss auch gucken, dass man zwischendurch mal, so wie man merkt, es wird schlecht, stoppen, weggehen, ein bisschen an die frische Luft, ein bisschen was anderes machen. Und sobald es wieder geht, weiter. Am besten ist das, kann ich empfehlen, wenn man das mit einem Kumpel zusammen macht. Man lädt sich einen Kumpel ein. Und mal gucken, wenn der vielleicht auch so ein bisschen Probleme hat, dann kann man sich immer so abwechseln. Jeder fährt mal so fünf Minuten. Und dann fährt der andere fünf Minuten. So habe ich das zum Beispiel mit einem Kumpel gemacht. Und das hat dann, ich sage mal, so eine Woche. Und dann war das eigentlich schon vorbei bei uns. Also es ist super cool, dass du das Thema Motion Sickness auch mal ansprichst. Ich meine jetzt zugegebenermaßen eine 50-50-Chance, und bevor man sich, ich sage mal, einen leistungsfähigen PC und die Brille und alles holt, ist natürlich schon relativ hoch. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, es vorher mal auszutesten, aber vollkommen richtig. Jeder reagiert anders auf Bewegung. Also als ich diesen Motion Simulator mit VR-Brille auf der Expo ausprobiert habe, also es war kein Problem, aber ich habe dann schon gemerkt, mir wurde ein bisschen übel, aber es war nicht schlimm. Aber ich habe das aber auch selber so wahrgenommen, dass ich gesagt habe, naja, es geht schon. Ich glaube auch, da kann man sich dran gewöhnen. Und das war jetzt alles, ist alles nicht so dramatisch. Aber ich glaube, 50-50 plus minus X, ich glaube, das wäre schon cool, wenn man das vorher für sich dann einfach auch mal ausprobieren kann. Ja, definitiv, definitiv. Und das ist ja gar nicht so einfach. Von den 50 Prozent, die das nicht abkönnen, kannst du auch einen gewissen Teil abtrainieren. Ja, also das ist wirklich. Es gibt, ich kenne, ich kenne, verbreitet kenne ich eine Handvoll Leute, die es nicht geschafft haben, aber ich kenne hunderte Leute. Ja, ich bin in der VR-Gruppe. Ich kenne hunderte Leute, die es sich abtrainiert haben. Ja, also das muss man schon sagen. Also das Abtrainieren, das geht schon ziemlich, ziemlich gut. Die Frage ist denn, sowohl Motion Rigs als auch VR, gibt es denn, und ich meine, klar, wir kennen jetzt natürlich nicht alle Orte auswendig, aber gibt es Orte, wo man das als Laie auch mal vernünftig ausprobieren kann, wenn man niemanden kennt, der so ein Teil zufällig zu Hause rumstehen hat? Nicht so einfach, ne? Ich weiß nicht, es gibt Arcades, ein paar, die das haben. In Deutschland weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht. Aber in Racing-Gruppen gibt es ja eigentlich immer wieder Leute, die so ein Ding haben und mal einladen und so. Und spontan würde mir Ron Reviewed natürlich auch einfallen, in der Nähe von Salzburg. Der hat so ein Ding auf jeden Fall stehen. Es gibt auch, ich habe jetzt die Orte nicht genau im Kopf, aber ich glaube, wenn das so Richtung, sei es Richtung Frankfurt, sei es Richtung Ruhrpott, es gibt ein paar Simracing-Lounges oder Simracing-Cafés in Deutschland, die tatsächlich ein paar Simulatoren aufgebaut haben. Aber da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, dass die auch alle Motion Rigs haben. Simracing-Expo ist auf jeden Fall immer eine gute Gelegenheit. Der ADAC ist teilweise auch auf anderen Fahrzeugveranstaltungen auch immer mal mit ein paar Simulatoren da. Aber unterm Strich, es ist nicht so einfach. Du kannst nicht mal eben in den Mediamarkt vor Ort gehen. Da findet man mittlerweile zwar auch immer mehr Lenkräder und Gaming-Stühle und so weiter. Den Markt haben sie mittlerweile auch für sich entdeckt. Aber mit richtig Motion Rigs testen, da wird es schon ein bisschen anspruchsvoller. Und dann kann ich zumindest menschlich nachvollziehen, wenn jemand sagt, das Geld investieren auf gut Glück, dass es mir dann vielleicht doch nicht gefällt, dass da nicht jeder diese Leidenschaft von vornherein mitbringen kann, wäre für mich zumindest verständlich. Ja, ich weiß, in Wien gibt es einen Laden, der macht das. Aber ich kann leider nicht sagen, wie er heißt. Das tut mir sehr leid. Aber ich weiß, da gibt es einen. Da gibt es richtig mit VR-Brille und richtig schönem Motion sieht es. In dem Fall ist vielleicht auch einfach wieder Google unser Freund. Also da wirst du bestimmt auf der Suchmaschine eurer Wahl was finden. Wir sind tatsächlich ein bisschen von der ursprünglichen Frage abgekommen, nämlich wenn ich mich per se für dieses Thema interessiere, oder sagen wir mal so, der Einstieg in ein Motion Rig ist sicherlich einfacher als der in VR oder sage ich mal, der mit weniger Risiko, so rum, muss ich vielleicht ausdrücken. Und wie ich denn in dieses Thema einsteige. Also ich nehme mal an, ich habe als Laie jetzt wirklich Lust und sage, Mensch, so ein bewegendes Ding hätte ich schon gerne zu Hause stehen. Wo fange ich an? Wo schaue ich nach? Was gibt es denn für Lösungen, die vielleicht nicht gerade 30.000 Euro kosten, wie sie teilweise auf der Simracing Expo rumgestanden haben? Also vielleicht kannst du mal so ein Gefühl geben, was gibt es für Alternativen, mit welchem Startbudget sollte man auf jeden Fall rechnen? Also zumindest unten drunter macht es überhaupt keinen Sinn, aber mal so jemanden, der sich per se schon mal für das Thema interessiert, mal so ein Gefühl dafür zu geben, wo geht es los und in welche Richtung geht es denn so ungefähr? Also preislich möchte ich sagen, fangen wir bei 3.000 Euro an, im Kaufrick, ja, also nicht im Selbstbau. 3.000, dann gibt es, es geht los, die kleinsten, die es gibt, das sind so Sitzmover, ja, Seedmover. Da bewegt sich wirklich nur dein Schalensitz. Der kann dann in den Kurven nach zur Seite kippen oder halt Gas geben, bremsen nach vorne und nach hinten. Ja, das sind so die kleinsten. Und die gehen so bei 2.500, 3.000 los, ohne Versand, ohne alles, ja. Das ist dann meistens dann noch aus dem Ausland und dann wird es, aber ich sage mal so 3.000. Und dann als Gegenpart gibt es noch diese Stempelsysteme, da kannst du dir diese Stempel 1 entkaufen und wenn du schon so ein schönes Rig hast, so ein Profi-Rig zum Beispiel, dann kannst du die einfach, hat auch der Ron Review übrigens mal getestet, die heißen SimRig SR1 und SR2, die kannst du zum Beispiel, also es gibt auch andere, ja, aber da jetzt mal als Beispiel, und die brauchst du bloß noch an die Ecken dran schrauben und dann geht das dann los mit deiner Motion. Dann hebst du deinen Stuhl, den du schon vorher hattest, einfach dann ab. Also, äh, bewegst du ihn. Ja, und die kosten 3.000 oder 4.000 Euro. Und das, da sind wir jetzt in der günstigsten Liga. Und ab da geht es dann nach oben, ohne Ende. Ja, krass. Und dann ist es auch kein Wunder, dass die Teile, die teilweise auf der Expo gestanden haben, dann wirklich hier in den 40.000, 50.000 Euro Bereich gehen. Aber gut, dann teilweise auch mit PC und so weiter. Aber lange Rede, kurzer Sinn, da muss man auch Leidenschaft mitbringen. Also mal abgesehen von den finanziellen Mitteln, das ist schon ein Hobby, ja, das wie alle Hobbys wahrscheinlich nach oben keine Grenzen kennt. Aber dann steht da noch kein Bildschirm, dann steht da, äh, ja, eben noch kein Rig, dann steht da noch kein Gaming-PC. Also, es ist definitiv schon wirklich was für Enthusiasten, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, bei so einer Siez ist es auch wirklich so, dass das Gefühl, was du vorher mitbringst, das ist schon das Entscheidende. Es gibt Leute, die, es gibt wirklich Leute, die sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gewackeler mir Freude bereiten kann, ja. Und dann gibt es Leute, wenn ich so ein Ding hätte, die haben noch nie drauf gesessen, aber die sagen, wenn ich so ein Ding hätte, ich würde nie mehr runtergehen von so einem Ding, ne? Ja, und das sind auch die Leute, die können sich so ein Ding auch kaufen, die können nicht enttäuscht werden. Ja, also das kann ich schon sagen. Und es ist auch genau wie ein Force-Feedback-Klenkrad, äh, du bekommst diesen Stuhl, du bekommst auch eine Software und dann schiebst du so lange diese Schieberegler hin und her, wie von der Sitz, wie er reagiert, ne? Ja, das ist es dir gefällt. Und dann kommst du alles so hin, dass du es einfach nicht mehr vermissen möchtest. Was ich ja super spannend finde, ist, wie gesagt, wir reden ja hier in erster Linie vom PC-Bereich. Es gibt zwar erste Lösungen, die dann teilweise auch mit Konsolen zusammen funktionieren, aber ich sag mal, High-End mit den ganzen Einstellmöglichkeiten und so weiter und den Simulationen, die dahinter hängen, ähm, ist ja wirklich, ähm, der PC der Kernbereich. Aber helf mir mal zu verstehen, ich weiß, aber das kannst du sicherlich auch nochmal genauer sagen, für VR muss ja schon der Gaming-PC auch nochmal ein paar zusätzliche Ressourcen frei haben. Wie ist das mit dem Motion Rig selber? Wo kommt die Berechnung her? Also ist da, muss ich da auch was Spezielles achten? Oder macht das, macht das Rig das von selbst? Also ich hab wirklich keine Ahnung. Also da gibt's verschiedene Varianten. Da gibt's so Motion Seed-Steuerungen, die verlassen sich auf die CPU vom Computer. Und es gibt Motion Seed-Steuerungen, die machen das allein. Ja, die nehmen dann die Last vom Rechner runter. Wenn das der PC macht, ist jetzt immer schwer, kommt immer auf die Programmierung an, ne, aber es kann schon so 3-4 FPS von der CPU-Leistung killen. Ja, aber das sind Werte, das merkt man eigentlich beim Sim-Racing nicht. Ja, selbst wenn das der PC war. Also wenn man dann einigermaßen potenten Rechner hat, dann merkt man das eigentlich nicht. Aber VR schluckt dann schon deutlich mehr, ne? VR schluckt, aber da ist es wieder abhängig, was für eine VR-Brille du hast, welche Auflösung die dann fährt. Also wenn du, je älter die Brillen werden natürlich, ja, umso weniger Grafik-Power brauchen die. Aber ist natürlich nicht schlecht. Also ich sag mal so, wenn man ins Sim-Racing einsteigen möchte, mit einer, zum Beispiel mit einer HP Reverb, ja, das ist dann diese, die ich wirklich empfehlen kann fürs reine Sim-Racing. G2, muss ich sagen, da gibt es ja noch die G1. Da würde ich mindestens mit einer 2080 NVIDIA, ja, oder AMD-Gegenpart natürlich gleichwertigen, würde ich da mindestens anfangen. Also alles drunter wird schwierig. Gibt es Simulationen, die besonders gut für Motion geeignet sind? Also ich meine, wenn ich das aus einem deiner Videos richtig herausgelesen habe, ist ja ein großer Faktor auch wirklich, wie gut kann die Rennsimulation, die Bewegung, die fahrbaren Oberflächen tatsächlich auch zurückgeben, ne? Oder wie viel Leistung landet dann tatsächlich beim Motion Rack entsprechend? Ja, also die Simulation, die macht einen großen Unterschied, wie sich so ein Stuhl anfühlt. Und die sagt maßgeblich, das, was wirklich gerade basiert auf der Strecke. Und wenn die Simulation nicht so gut ist, dann merkst du das auf dem Stuhl natürlich auch. Was würdest du sagen, ist die Simulation, die das so mit am besten umsetzt oder wo du am liebsten selber unterwegs bist? Ich kann nur sagen, womit ich am liebsten selbst unterwegs bin. Ich habe leider nicht so viele Simulationen. Also Ase de Corsa liegt sehr weit vorne. Nicht die Kompetitionen, sondern das Alte. Das liegt sehr weit vorne. Und was ich von höheren Sagen nur sagen kann, ist, dass R-Faktor eine sehr, sehr gute Physik hat. Und iRacing, das auf jeden Fall. Man kann das immer gleich so ein bisschen so sagen, da wo man sagt, die Fahrphysik selber vom Auto ist gut, da ist auch meistens die Motion gut. Das ist so ein bisschen, das hängt so ein bisschen mit zusammen. Jetzt würde mich total noch mal interessieren. Wie gesagt, ich glaube, mittlerweile haben alle verstanden, dass du selber natürlich großer VR-Motion-Enthusiast bist. Aber wie oft sitzt du tatsächlich in dem Simulator? Lass es mich anders ausdrücken. Wahrscheinlich kann ich mir die Frage schon selber beantworten. Aber wenn du Simulationen fährst, machst du sie wahrscheinlich immer in deinem Motion Rig mit VR oder legst du die auch mal ab und gehst alternativ an den Bildschirm? Oder ist für dich mittlerweile auch wirklich klar, wenn du fährst, dann mit dem vollen Paket? Wie gesagt, ich bin auf der Simracing-Expo zum allerersten Mal an den Bildschirm gefahren. Ach, witzig. Ich kannte das gar nicht mit dem Monitor fahren. Das ist ja lustig. Ja, ja, das habe ich mir noch nie gemacht. Und in den 90ern, hier Grand Prix damals und Stunts, das kennst du die alten DOS-Games da, aber als ich Kind war. Aber jetzt als Erwachsener kenne ich das gar nicht mit dem Bildschirm. Und das war für mich ganz krass. Ich sitze an diesem Triple Screen, fahre auf die erste Kurve zu, bremse, ja, und ich dachte schon, ich stehe mit dem Auto. Ich habe überhaupt kein Geschwindigkeitsgefühl. Bremse, das Auto rauscht geradeaus über das Kiesbett voll gegen die Mauer. Ich bin 30 Meter über das Kiesbett gerutscht. Ich dachte, ich bin zu langsam. Ich dachte, ich wollte eine ruhige Runde machen. Aber ich hatte überhaupt kein Geschwindigkeitsgefühl. Ja, ja, also ich kenne nur VR. Und dann auch richtig, dann auch richtig auch Online-Rennen oder bist du in erster Linie Solo unterwegs? Wie muss man sich das vorstellen? Weil ich hatte ja mal so ein bisschen angedeutet, ich, ich sage nochmal, sehr eingeschränkte Einblicke, ein paar Minuten auf verschiedenen Simulationen und Simulatoren gesessen. Aber ich tue mir schwer, dass ich tatsächlich auch so ein 3-4 Stunden Endurance-Rennen machen würde. Aber auf welchen virtuellen Strecken findet man dich denn so? Also ich bin tatsächlich ein Genussfahrer. Ich bin einfach bloß ein Genussfahrer. Ich bin wirklich nicht schnell. Ich hatte auch nie die Lust, mich mit Setups auseinanderzusetzen. Ich fahre alle Autos default und dementsprechend langsam bin ich. Ich bin kein guter Fahrer und ich wurde immer wieder eingeladen in Ligen. Aber das war mir immer nicht so. Da muss man sich zu sehr hinter klemmen. Ich bin wirklich nur ein Genussfahrer. Ich stelle mir die KI meinetwegen ein bisschen auf schwer. Habe so meine Leute, mit denen ich ein bisschen zusammen fahre ab und zu. Dann mixen wir auch noch ein bisschen KI mit dazu, damit es nicht so leer ist, das fällt. Und das war es bei mir. Ich bin wirklich nur Genussfahrer. Ich bin schon mal in einer GT3-Gruppe mitgefahren. So eine kleine Liga war das. Da hat man mich im hinteren Feld finden können. Nur zur Einordnung, wo ich stehe mit meiner Fahrkünste. Ich finde es auch total cool. Und deswegen habe ich die Frage auch ganz bewusst gestellt. Weil ich sage mal, wenn wir jetzt auch in diesem Podcast immer so über Simracing reden, dann geht es immer um Ligen, um Events, um Wettbewerbe und so weiter. Aber manche vergessen einfach auch, es soll ja einfach auch Spaß machen. Und deswegen finde ich das cool. Und ich hatte so ein Bauchgefühl. Und witzigerweise hast du das gerade bestätigt, dass man ja auch wirklich so traurig, wie es was anhört. Aber man kann auch einfach nur Spaß haben mit solchen, und ich nenne es jetzt mal ganz bewusst, Spielen. Denn es ist ein Freizeitvertreib, es ist ein Hobby. Und ich kann das voll mitfühlen, dass du sagst, hey, das ist so ein tolles Gefühl. Die Bewegung, dieses Immersive in der VR-Brille. Und dann ist es für mich auch vielleicht mal vollkommen okay, wenn die KI um mich herumfährt. Und ich habe einfach eine gute Zeit. Und einfach mal weg von diesem, oh, ich muss schnell sein. Ich muss kompetitiv sein. Ich finde das mega cool. Es wird viel zu oft vergessen, dass wir am Ende dann, egal wie hoch der Simulationsgrad, dann doch irgendwie noch über Videospiele reden, die einfach Bock machen sollen. Ja, ich habe einfach nur Spaß. Ich freue mich, wenn ich von der Arbeit, von der schweren Arbeit nach Hause komme, mich kurz ausruhe, mit Frauchen rede und sage, so, tut mir leid, ich bin jetzt mal zwei Stunden weg. Und dann setze ich mich da rein und kann einfach nur genießen. Das ist der Bure Genuss für mich. Einfach lang heizen, ohne drüber nachzudenken, ein Traum. Und ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin jetzt eigentlich komplett ausgesprochen hatte, weil du gesagt hast, ja, das Thema VR, also mittlerweile, wenn man ein bisschen tiefer in dieser Sim-Racing-Blase unterwegs ist, sieht man schon, es gibt schon einige Fahrer, die darauf schwören und auch wirklich kompetitiv mit den Brillen fahren, weil sie auch einfach sagen, sie sind mittendrin, sie haben eine tolle Übersicht und so weiter. Aber es ist tatsächlich so im Streaming-Bereich, stimmt, das wollte ich vorhin noch ergänzen, du hast da vollkommen recht, zum einen, natürlich sieht es natürlich so ein Triple-Screen-Setup erst mal so optisch echt beeindruckend aus und du willst eigentlich auch den Streamer nicht ständig mit diesem riesen Ding vor der Birne. Genau, man soll ja deine tolle Friese sehen können. Die Emotionen und so weiter, das ist natürlich alles ein bisschen schwierig, aber es ist eigentlich total schade, weil es ein total faszinierendes Thema ist. Genau, der große, große Mehrwert von VR ist ja diese Räumlichkeit und die kannst du ja in keinem Stream der Welt rüberbringen. Stimmt. Der Zuschauer sieht flach und deswegen sieht ein Triple-Screen viel beeindruckender aus. Das ist einfach, gerade als Triple-Screen-Fahrer, am besten noch hier, wie so Boosted Media, kennst du den aus den Amerikanern, der ist ja sehr berühmt, der mit dieser Helmkamera, da denkst du wirklich, da fährt ihm echt ein Auto. Das ist ja so, aber das ist schon richtig cool. Aber richtig erfahrene VR-Leute werden jetzt nicken, die das hören, wenn du VR fährst und danach sitzt du dann selber vor so drei Bildschirmmonitern, da sagst du, das ist bei weitem nicht so realistisch, sieht aber für die Kamera sehr, sehr schön aus. Also das ist ein sehr schöner Vergleich, weil Boosted Media ist ja wirklich so, und er hat es ja selber auch schon mal gesagt, im Video sieht das deutlich nochmal cooler aus, als tatsächlich bei ihm, wenn er tatsächlich drin ist. Weil wenn du dem seine Videos siehst, das ist ja keine Ahnung, das ist 60, 70 Zoll, 8K-Monitore, drei Stück nebeneinander und wenn du dem sein Video siehst, es sieht teilweise wirklich aus, als würde er im Rennwagen sitzen. Das ist ja wirklich, es ist technisch schon auch sehr, sehr cool gemacht, aber eben auch viel Show, das ist tatsächlich so. Genau, genau, das macht er einfach bloß, damit die Leute unterhalten werden. Er sagt das selber, er sagt das auch. Das ist auch der Einzige, von dem ich das je gehört habe, der ist außer mir. Bei mir war es sowieso klar, nachdem ich auf der Expo war, aber das war der Einzige, der das bis jetzt so gesagt hat. Es ist halt bloß eben schade, weil der Zuschauer das dann nicht weiß, was er verpasst. Den einzelnen Zuschauern würde ich immer raten, immer erst zu versuchen, auf VR zu gehen. Und wenn es wirklich partout nicht klappt, wenn das mit dem Motion Sick jetzt nicht weggehen möchte, dann kann man immer noch. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn man am Monitor fährt, das macht ja trotzdem Spaß. Und dazu möchte ich auch sagen, ich habe jetzt gehört, dass dieses Gran Turismo 7 für die PS5 jetzt mit der PSVR 2 VR Support bekommen soll. Schön, dass du es nochmal ansprichst, weil du vorhin gesagt hast, auf der Konsole ist es nicht möglich, ganz genau. Und die PSVR 1 war ja schon mit GT Sport kompatibel, großes aber, nur mit der KI und eingeschränkte Anzahl und wenn mit dem menschlichen Fahrer mit maximal einem. Aber das hört sich jetzt zumindest sehr interessant an und könnte tatsächlich für Consoleros jetzt der erste ernsthafte Einstieg in das VR-Thema werden. Ja, die PS5 hat genug Power, um das vernünftig darzustellen. Also ich bin mir relativ sicher, dass es dem PC kaum bis gar nicht nachsteht wird. Es wird richtig doll. Ich freue mich unendlich. Ja, ich bin überhaupt kein Konsol im System. Ich habe keine Playstation. Aber ich freue mich für die Playstation Boys, dass die die Möglichkeit haben werden, bald das im VR mal zu testen zu können. Ich kann es nur empfehlen. Das auf jeden Fall. Und gerade bei Playstation VR kann ich sagen, die ist sowieso sehr gefragt, da kann man es auch kaufen ohne großen Wertverlust. Also wenn wirklich jetzt einer sagt, nach zwei Monaten, das ist einfach nichts für mich, dann kann man das auch gut noch verkaufen, weil die ist immer ausverkauft und so. Das ist eine gute Sache. Also braucht man keine Angst haben, dass man eine Hardware kauft, die dann nicht mal los wird. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das dem VR-Markt insgesamt auch sehr hilft. Weil einfach Playstation ist halt doch eine sehr große Marke. Konsolenmarkt an sich ist einfach dann doch zugänglicher. Und für die meisten auch wirklich oder für sehr viele Menschen einfach der einfachere, der bequemere Einstieg ins Thema Spiele und Simulationen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass da auch der, ganz ehrlich, auch wie viele Gran Turismo-Spieler irgendwann auch gesagt haben, ich will mehr und sind dann auf Assetto Corsa Competizione, iRacing auf dem PC gewechselt, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass viele dann sagen, oh ja, das ist doch ziemlich cool, vielleicht geht es noch eine Nummer größer. Ich glaube, das kann dem Markt wirklich helfen. Ja. Und vor allen Dingen, man muss sich, was ich auch sagen kann an Leute, die sich jetzt für VR vielleicht ein bisschen interessieren, man muss sich wirklich sehr viel Zeit fürs Einstellen nehmen. Viele haben auch schon gesagt, ich bekomme Kopfschmerzen bei VR und so. Also, gibt es ja auch, ja, auch, aber das liegt sehr eben oft daran, dass man es auch nicht richtig einstellt. Du musst wirklich, dass die Linsen genau in der Mitte sind, dass die Brille auch bequem auf den Kopf setzt, dass die nicht zu stark drückt und so. Auch das kann ja Kopfschmerzen erzeugen und so, ja, dass man sich da wirklich ein bisschen Zeit mit so einer Brille einstellt. Das ist dann mal das, was ich auf der Messe nicht mag. Du setzt die Brille auf, zack, hier, viel Spaß. Ja, genau. Aber so richtig perfekt kriegst du das nicht eingestellt in der kurzen Zeit. Und das sind dann oft dann vielleicht wirklich die Nuancen, die dich davon abhalten, dich vielleicht näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Genau, genau. Und da einmal falsch, ja, oder das IPD falsch eingestellt, also Pro-Büllen-Abstand, Brüllenträger werden es wissen, Pro-Büllen-Abstand und so was, dass es, wenn das nicht passt, dann schielst du in der Brille. Und das ist ein Erlebnis, das kann dich wirklich negativ beeinflussen. Genau so ist es. Siehst du denn im Bereich VR und Motion Rigs irgendeine Entwicklung in den letzten Jahren? Also ich denke mal, wie allgemein, gerade Simracing hat in den letzten zwei bis drei Jahren einen extremen Boom erlebt. Also auch in dem Bereich wird es mit Sicherheit viele neue Hersteller geben. Aber siehst du irgendeinen speziellen Trend, wo du sagst, oh ja, da entwickelt sich was oder vielleicht ist irgendwas Cooles angekündigt, was schon auf der Wunschliste steht? Wo geht denn der Markt in den nächsten Jahren so hin? Was denkst du? Oh, oh, schwere Frage, muss ich sagen, schwere Frage. Also bei VR-Brillen ist eigentlich eine Sache wichtig, und das ist das, was du schon angesprochen hast, ist diese Performance-Nutzung, dass das so eine hohe Rechnerlast braucht. Und da sehe ich eine Zukunft, dass durch Eye-Tracking, die neue PlayStation VR hat das ja sogar, die BSV-R2, Eye-Tracking zum Beispiel hat, dass du praktisch da, wo du hinguckst, sie kann das die Brille erfassen, sie kann deine Pupillen verfolgen. Und die rendert dann nur den Teil scharf, wo du hinschaust. Da gibt es wie so eine Art kleine scharfe Stelle praktisch, und alles ringsherum wird mit einer viel schlechteren Auflösung gerendert. Clever. Und wenn die Technik sauber arbeitet, merkst du davon nichts. Gar nichts. Dann ist es wie, wenn du guckst, dann durch die Brille, siehst ein 4G-Bild, aber das meiste ist bloß 1080p berechnet. So als Beispiel. Und das erspart Haufenleistung. Die PlayStation VR hat das. Und das sehe ich zum Beispiel als Zukunft, als technologische Sache, die sich in den nächsten Jahren noch verbessern wird. Also ich denke, dass VR-Brille in Sachen Performance-Anspruch sinken werden. Für mich ist zum Beispiel in den 2080 ehrlich gesagt auch keine schnelle Grafikkarte. Das ist die Grafikkarte von vorvorletzten Generationen. Aber für viele Monitor-Spieler ist das eigentlich noch eine schnelle Garte. Also das ist, wenn man in den Steam-Charts guckt, was die Leute für Hardware haben, das ist immer erschreckend schlecht. Ja. Aber das geht ja eigentlich. Ja, also wer 4K-Monitor hat und da möchte da mit 60 FPS zocken, der mit die Grafikkarte, die der hat, da reicht es recht locker für VR aus. Ja, das ist super. Das ist vielleicht auch die Einstiegshürde gar nicht so hoch, wie der ein oder andere das eventuell denkt. Ja, ja, würde ich schon sagen. Auf jeden Fall. Jetzt sage ich es wahrscheinlich schon das fünfte Mal, aber wir werden ja auch deinen YouTube-Kanal hier entsprechend verlinken, weil ich kann es wirklich bis jemandem sagen. Also Leute, guckt euch wirklich mal das Rick von Basti an. Das macht einfach Lust auf mehr. Und jetzt frage ich mich, steht vielleicht trotzdem irgendwas auf deiner Wunschliste, wo du sagst, das muss unbedingt noch her, das fehlt dir? Nee, kann ich aktuell gar nicht sagen. Ich bin richtig glücklich zurzeit. Man darf auch mal glücklich sein. Ja, ich muss auch sagen, dass dieses Rick, das ist erst seit zwei Monaten fertig oder so. Ah, okay. Ja, also das 6DOF geht jetzt ins, zwei Jahre sind es noch nicht insgesamt. Es ist noch ein bisschen weniger als zwei Jahre habe ich das erst. Ja, also das ist gerade, ich habe mir gerade sozusagen meinen Wunsch erfüllt. Wenn ich die vor Emich gehen würde, dann wüsste ich vielleicht noch was, aber ich sage mal so, erst mal nicht. Erst mal nicht. Irgendwas findet man immer. Das ist auch wirklich so, ja, das ist für mich so ein großer Wunsch gewesen. Ich kann dir das so sagen, als ich das Trick zusammengebaut habe und meine ersten Testfahrten gemacht habe, das ist ja nicht nur Hardware, das ist ja auch Software einstellen. Du musst da ein bisschen die ganzen Parameter noch anpassen. Und als das erste Setup so ein bisschen saß und ich über die Notschleife geflogen bin, ja, und an der Notschleife kommt, ich weiß nicht, wie die heißt, kurz vor dem zweiten Casino geht noch mal so eine Welle runter. Ich weiß nicht, wie die heißt. Das ist so eine Kurve, da stehen so viele und filmen immer die Umfälle. Und da geht so einen kurzen Stich nach unten. Und da bin ich da zum ersten Mal langgeballert und ich bin mit dem Hintern vom Stuhl abgehoben, weil der so nach unten gegangen ist. Nur mein Fünf-Punkte-Gott hat mich nach unten gezogen. Ohne den, ja, so. Da bin ich da lang geflogen mit so einem GD1-Fitzer, ja, so richtig, die haben ja richtig Leistung. Ich habe angefangen zu heulen. Ich bin da lang geflogen mit 250 Sagen und mir sind die Tränen unter der VR-Brille rausgelaufen vor Ergreifung, wie geil das hier gerade ist, was ich hier erleben darf. Ja, ist wirklich so. Es ist echt cool. Ich habe witzigerweise gerade ein ganz anderes, aber doch irgendwie ähnliches Erlebnis. Und ich habe wirklich, das ist witzig, aber egal, ich zähle die Anekdote jetzt einfach mal. Ich hatte das in den Universal Studios in Los Angeles, genau. Schon ein paar Jahre her, USA-Urlaub und ich bin so ein großer Freizeitpark-Fan. Und da gab es relativ neu Transformers The Ride. Das ist ein 3D-Brillen-Kino-Achterbahn-Ding. Also im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, man fährt eben auf so Motion-Fahrzeugen über Schienen durch ein Gebäude durch in verschiedene Räume und in jedem Räumen sind halt wirklich hausgroße 3D-Bildschirme. Und du bist im Endeffekt mitten in so einem Transformers-Roboter-Kampf und du stürzt von Gebäuden runter. Aber es war so krass, diese Kombination aus Bewegung, aus 3D, aus Effekte. Dann explodiert eine Rakete vor dir und es kommen halt wirklich Flammen oben aus der Decke, dass es dann heiß wird. Also es war einfach so, das waren irgendwie so sechs Minuten oder was. Länger war es gar nicht. Es fühlte sich ewig an. Es war so ein Entertainment, dass es mir genauso ging. Ich bin rausgekommen und ich war wirklich kurz vorm Heulen, weil ich so entertained war. Weil ich so, ich bin einfach nur rausgerechnet, so wie geil war das denn gerade? Das hat mich so geflasht und deswegen, ich glaube, das kann ich so ein bisschen mit dir mitfühlen, wenn du dann diesen Moment hast und denkst, so krass, was war das denn jetzt? Ja, ich habe geflennt. Also bei mir war es nicht kurz davor. Übrigens, ich war auch in den Universal Studios, aber in Florida. Ah, siehst du, okay. Und da war ich so in Terminator 3D und genau das gleiche, was du erzählt hast, plus mit Terminator. Mega cool, mega cool. Deswegen, so ein bisschen kann ich es mitfühlen. Schön. Ja, absolut. Du baust ja gerade eine neue, oder jetzt schon, schon, schon die ein oder andere Woche schon ein kleines, eine kleine Videoreihe auf YouTube auch, wo du auch wirklich mal Schritt für Schritt erklärst, wie man, also erstmal mega, mega cool, auch da habe ich ganz viel Neues dazugelernt, auch wirklich mal so eine absolute Basis. Wie fängt man denn überhaupt, bevor man anfängt, sich einen Rig zusammenzubauen, was gibt es denn, für Bewegungsrichtungen, was gibt es für verschiedene Arten, wie man diese Bewegung darstellen kann und so weiter. Und da bist du ja noch mittendrin. Das Projekt ist ja wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen, aber vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte drüber verlieren, was die Leute bei dir so lernen können. Ja. Also prinzipiell geht es mir einfach darum, dass viele sich, wirklich sehr viele, die sich dafür interessieren, aber die denken halt alle, es wäre unbezahlbar oder das Bauen wäre so kompliziert, dass das unmöglich ist, das nachzumachen. Und ich will einfach mit meinem Kanal zeigen, dass dem nicht so sein muss. Ja. Im Prinzip reichen da die einfachsten Werkstätten dafür aus. Also eine Werkbank mit Schraubstock, einen Akkuschrauber und ein bisschen handwerkliches Talent und dann steht so ein Stuhl. Das will ich einfach mit dem erreichen mit meinem Kanal. Und dann ist es halt so, dass es in Deutschland einfach, man muss sich die ganzen Infos sehr mühselig zusammenkratzen. Es gibt einfach wenig Tutorials dazu und das wollte ich einfach ändern. Ja, das hat mich, weil ich habe es ja bei mir gemerkt, ich habe ja einen Stuhl gebaut und ich habe gesehen, wie mühsam das für mich war, das ganze Wissen anzuhäufen. Und ich wollte einfach das teilen. Ich wollte einfach so eine Möglichkeit schaffen, wo man diese Fragen sehr schnell beantwortet bekommt. Ich habe natürlich leider keine Kameraerfahrung, nichts, keine Rednererfahrung. Das merkt man den Videos an. Das ist für mich schon selber cringig, das anzugucken. Aber ich dachte mir einfach, der gute Wille zählt. Ja, und deswegen kann ich das sagen. Das sage ich jetzt nicht nur aus Höflichkeit, weil du hier Gast im Podcast bist, sondern du hast ja selbst gesagt, du hast keine Konsole und wir sind ja bei uns zumindest im Moment noch zu großen Teilen der Konsolen-Community. Aber du hast das Video reingepostet und jeder, der darauf geklickt hat, hat gesagt, ey, wie geil ist das denn? Das ist ja mega. Und das ist total schön zu sehen. Und deswegen, also einmal war natürlich das Thema auch für mich total interessant, weil ich mich da selbst eben sowohl Motion als auch VR noch nicht so tief mit beschäftigt habe. Aber ich kann wirklich sagen, guckt euch das wirklich mal an. Und das ist total sympathisch und das ist total interessant. Und nochmal, wer dein Rick zu Hause stehen sieht, der muss sich instant in Motion Ricks verlieben, weil das ist einfach, alleine optisch ist das schon so cool, das Teil. Ich finde es mega. Und so sind wir dann auch irgendwie zusammengekommen, dass ich gesagt habe, Mensch, mit einem guten Basti muss ich mich auf jeden Fall mal unterhalten, weil da weiß jemand ganz genau, was er tut und hat da einfach so unglaublich viel Leidenschaft für. Und das ist schön, sich anzugucken tatsächlich. Ja, ja. Und du musst nicht glauben, wie die Leute staunen, wenn so echte Leute bei mir reinkommen in dieses Zimmer und das Ding stehen sind. Das ist jedes Mal beeindruckend. Es macht Spaß, das Leuten zu zeigen. Das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Basti, hast du noch irgendwas, über das wir gar nicht geredet haben? Irgendwas, was die Welt des Simracing unbedingt noch erfahren muss, bevor wir hier auf die Stopptaste drücken? Ja, ich würde höchstens vielleicht nochmal an die Welt appellieren, VR selbst auszuprobieren. Auch wenn ich jetzt hier als der große Motion-Seed-Gast da bin, möchte ich trotzdem lieber nochmal auf VR eingehen, weil es eine einfache Hürde ist. Und ich möchte wirklich hier nochmal appellieren, wenn ihr euch auch nur einen Hauch für VR interessiert, probiert das aus. Lasst euch nicht abhalten von jemandens Meinung, dass es einem schlecht wird. Es ist sehr, sehr individuell. Das liegt an der Kopfform, das liegt an der Augenform. Das ist krass. Bei jedem Kopf, jeder empfindet das anders. Deswegen unbedingt selbst probieren und dann eine Meinung bilden. Das wäre das Abschlussplitterige, was ich noch gerne erhalten würde. Super, Basti. Dann kann ich wirklich sagen, ein großes Dankeschön. Das war ein schönes Gespräch und ich habe heute auch nochmal ein paar Sachen dazugelernt und ich hoffe, ihr da draußen freut euch auch, dass wir mal ein Thema auch angeschnitten haben, oder was wir bisher so gar nicht gesprochen haben und was ja wirklich nochmal die Nische in der Nische ist. Aber wer sich eben, und ich denke mal 99% von euch, sind eben sehr Simracing begeistert und für dieses Hobby eben begeistern kann, ist es ein Thema, wenn ihr wirklich mal, das kann ich unterschreiben, irgendwo die Gelegenheit habt, probiert das einfach mal aus und ihr müsst es nicht mögen, ihr dürft es aber mögen und es ist schön, dass wir mal über das Thema reden konnten. Basti, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, gerne, gerne. Und das war die Folge mit dem guten Sebastian alias Motion Basti und ja, ich bin mal gespannt, bei wem wir vielleicht die ein oder andere Flamme für bewegende Rigs und virtuelle Brillen wecken konnten. Wir sind sehr gespannt über eure Meinungen, sei es in den YouTube-Videokommentaren, sei es auf den, oder in den sprechenden Textkanälen in unseren Discord-Communities. Die Links und alles, über was wir gesprochen haben, die findet ihr natürlich unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Und falls ihr sagt, Mensch, ist eigentlich gar nicht so verkehrt, was hier im Simracing-Podcast so läuft, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung. Auf YouTube ist das ein einfacher Daumen nach oben, auf Apple Podcasts und auf Spotify ist es eine Sterne-Bewertung. Bis zu fünf Himmelskörper könnt ihr da vergeben. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein entsprechendes Feedback und eine Bewertung da lasst. Und es wird auf jeden Fall weitergehen, in der Regel im 14-tägigen Rhythmus. Wenn ich ganz viel Zeit und Motivation habe und die Festplatte gefüllt ist, kommt zwischendrin vielleicht auch mal eine Sonderfolge. Aber ansonsten hören wir uns, je nachdem in welcher Reihenfolge das jetzt erscheint, aller spätestens in zwei Wochen wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder mit am Start seid. Bis zum nächsten Mal. Euer Ralf. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. re